Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 23. April. Heute dabei Amazon Fire TV, Xbox One, Google, Twitter und Flickr. Beginnen tun wir mit Amazon und dort ist jetzt auf dem Fire TV der VLC Media Player verschwunden. Also der VLC Media Player, den werden wahrscheinlich die meisten kennen, der ist ja so ein alles Könner, so ein Schweizer Messer in Sachen Audio und Video. Und der ist nicht mehr verfügbar im App Store von Amazon, kann nicht mehr installiert werden. Warum ist noch unbekannt, aber vermutlich liegt es daran, dass man damit unter anderem ja auch illegale Downloads abspielen kann. Und deswegen wurde ja in der Vergangenheit auch schon zum Beispiel Kodi aus dem Amazon Store entfernt. Ja, blöde Sache, denn der VLC ist bestimmt sehr beliebt, auch bei mir. Und wird auch aktiv genutzt und eben auch nicht für legale Sachen, sondern auch für legale. Und mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Microsoft, die haben jetzt Details zum My Update für die Xbox One angekündigt. Und der, ja, das größte Feature, sagen wir es mal so, was mit dem Update kommen wird, ist anscheinend die 120 Hertz Unterstützung. Die ist dann für 1080p oder 1440p verfügbar, aber nicht für 4K. Und daneben gibt es noch die Möglichkeit, auch Apps und Spiele in Gruppen zu sortieren, die dann einen Unterbereich in dem Tab oder in der Kachel My Games und Apps sind. Und es wird auch dran geschraubt, dass die Einstellungen für Eltern noch ein paar Features bekommen. Schöne Sache, Microsoft arbeitet da ja wirklich irgendwie konsequent an den Updates. Kommt immer was Neues dazu für die Xbox One. Und ja, schön, wie ich finde. Nächstes Thema, Google. Die sind jetzt in Russland geblockt worden. Also diverse Google-Dienste wie die Google-Suche, Gmail, aber sogar auch solche Sachen wie eine Push-Notification für Android funktionieren derzeit in Russland nicht mehr. Und das hängt wohl auch alles irgendwo mit zusammen im Rahmen des großen Blogs von Telegram, dem sicheren Messenger in Russland. Und im Rahmen dessen sind knapp 18 Millionen IP-Adressen dort geblockt worden. Und eben, wie gesagt, auch Google und die Google-Dienste. Ja, also da muss man auch mal ein Auge drauf halten, was daraus wird. Mittlerweile entwickelt sich Russland ja da so in eine Richtung wie China, wo auch fast alles geblockt ist. Aber es geht auch andersrum. Twitter nämlich hat beispielsweise derzeit Kaspersky geblockt. Also nicht richtig geblockt, aber es erlaubt Kaspersky nicht mehr Anzeigen auf Twitter zu schalten. Kaspersky kennen die meisten ja noch als Lieferant von Antivirenprogrammen. Und da hat Twitter vor einiger Zeit gesagt, die würden nicht im Rahmen ihrer Anzeigenrichtlinien mitspielen. Und deswegen dürfen sie keine Anzeigen mehr schalten. Und der CEO von Kaspersky hat zwar darauf reagiert, einen offenen Brief geschrieben, aber es gibt noch keine Reaktion. Und Kaspersky hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir eben keine Werbung mehr bei euch. Das wird Twitter, glaube ich, verschmerzen können. Denn Kaspersky hat stolze 75.000 Euro auf Twitter in Werbung geschaltet in 2017. Das ist jetzt eine ordentliche Summe, allerdings für ein Unternehmen wie Twitter auch, wie gesagt, verschmerzbar, glaube ich. Und zum Ende vom heutigen Geek Talk Daily noch eine sehr gute Nachricht, wie ich finde. Denn SmugMug hat Flickr gekauft. SmugMug kenne ich eigentlich nicht. Ist auch anscheinend eine Fotocommunity. Aber Flickr kenne ich und nutze ich seit, ach, was weiß ich, wie vielen Jahren. Flickr ist ein Fotodienst. Der, ja, nicht, der war erst eigenständig. Dann hat Yahoo ihn, glaube ich, relativ schnell gekauft. War lange, ja, lange Jahre bei Yahoo im Portfolio. Ist aber immer irgendwie so ein bisschen eigenständig geblieben. Und im Rahmen dessen, dass Yahoo ja verschwunden ist, von Oath gekauft worden ist, wurden diverse Dienste von Verizon, denen Oath gehört, verkauft. Und jetzt ist Flickr an der Reihe gewesen. Und SmugMug hat es gemacht, hat es gekauft. Sagt auch, Flickr soll eigenständig bleiben. So einen richtigen Masterplan hätten sie noch nicht. Aber sie gucken mal, was sie jetzt damit anfangen. Wie gesagt, ich finde es sehr gut. Flickr ist immer noch ein echter schöner Dienst gewesen. Den ich früher sehr aktiv genutzt habe. In letzter Zeit weniger. Aber ich werde es mir jetzt dementsprechend auch nochmal angucken. Ja, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Kommt gut in den Montag. Habt einen guten Arbeitstag, Schultag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.